Und damit herzlich willkommen auf meinem Rostenkanal. Ja, vor der Nacht nicht mal, da zeige ich mir ein kleines Exegame. Heute sehen wir zusammen goodbye mario.exe. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Moment, immer mal kurz hier mein Spielchen ein bisschen nach oben machen. Moment, so, damit ich auch besser sehe. Data Select. Wie gesagt, keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Okay, press Enter. Lasst die Spiele beginnen. What? Hill. Act 1. Das kennen wir doch auch so nicht, ne? Jetzt nur halt mal mit Mario. Mario. What? Oh, es ist klein. Moment, ich mach mal kurz meine Fressekämmen ein bisschen. So, damit ihr ein bisschen besser seht. Jetzt aber schnell. Ah, kann ich springen. Ah, mit Z. Oh, ich laufe halt einfach mal, ne? Oh, ich laufe halt einfach mal, ne? Simulator. Yippie, yippie. Oh, es ist ein kleines Pension. 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 Und wie gesagt, was da unten ist, ne? Meine Saberlappen-Camp. Yippie, yippie. Wui. Jump, jump. Oh, jump, 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 jump. Ripp, ripp, ripp. Oh, ich liebe Excel-Games. Wenn sie noch einigermaßen gut gemacht sind, oder so? Ist okay. Das Sound ist schon mal ziemlich verstörend. Ist das Bandy? What? 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 Nein, 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 nein! What? Nein, 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 nein! Hahaha! What? What? Oder war das doch... Sorry. What? Oh, es geht weiter! Geil! Finde ich cool. Also ich finde es cool gemacht. What? Mario! 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 Jump, jump! Ah! What? 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 What's new? What? Oh my god! What? I had a horrible nightmare. Yes! Ich hatte einen sehr verrückten Albtraum. This is the worst day I have ever seen. But I guess it's over now. Oh, ja! Was ist denn? I need to go home and forget all of this. Nach Hause und alles vergessen. Ist immer das Beste. Was kann ich tun? Press Enter to continue. Sollen wir? Das haben wir nicht? Natürlich! What? Ich bin so blöd, oder? Jetzt habe ich nur noch einen Männchen. Ich arschloch. I will es holen. Aber ich bin sehr schlecht in Jumpman. Nein, ihr wisst es ja. Ich finde es cool gemacht, dieses exe-game. Oh, hier ist ein Bett, cool. Hahaha, hier ist noch... ...sleeping. Hier ist, wie das Spiel endet, aber hier ist ein Reward für dich. Wir beginnen hier. Was? What? Goodbye Mario! Nice! Das war das Spiel, das Spiel hat sich beendet. Cool. Ich fand es nicht schlecht. Moment, ich tue mal für euch. Nur für euch. Damit ihr wenigstens noch was seht, wenn ich die Verabschiedung mache. Ja Leute, das war Goodbye Mario.exe. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Oder soll ich es nochmal spielen für euch? Soll ich es nochmal durchziehen? Obwohl, wir wissen ja jetzt alles. Vielleicht klappt es jetzt bis lang. Schade, dass wir keine andere Auswahl haben. Ich probiere mal. Nein, man kann nur Ender drücken. Man kann nichts verändern oder so. Ja Leute, in diesem Sinne. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Spielen haltet. Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr auch solche Fans von Exegames seid. Mich huckt es. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an die Entwickler. Genießt das Leben. Enjoy the life. Habt euch lieb. Seid nett zueinander. Habt Spaß miteinander. Hahaha. Und ich hoffe, ihr seht uns demnächst wieder auf meinem OSTi-Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Das war Goodbye Mario. .exe. Tschö mit den Elfenkernigerholz. Euer Redner. Tschaui. Goodbye and goodnight. Thank you. Und jetzt wollte ich sie sehen. Tschöi 1-2-3-4-2-3-4-2 Tschöi 1-3-3-4-7-7-7-7-8 bén.